Hallo und willkommen zu der Rios Comic Schule und heute heißt, also ich habe jetzt jedes Video, hat jetzt eine spezifische Klasse, als würdet ihr in der Klasse sitzen und heute ist sozusagen auf Englisch habe ich es Research und Development genannt, aber eigentlich heißt es glaube ich Story oder Comic Entwicklung, ich glaube wir nennen es Comic Entwicklung, Comic Entwicklungsklasse. Also, ich rotiere hier ein bisschen jetzt mit meinem Stativ und wenn ihr schon sehen könnt, das ist sozusagen die Comic Geschichte, die ich gerade entwickle, wir sehen hier die Invisibles, Nathan Never, darunter Fight Club, da hinten Heart of Darkness, Warcraft 3 und Berserk, The Ultramind Solution und hier kommen wir rüber zu Warhammer Dawn of War, Warhammer 40k, Spartacus, ein Film über Musik, aber auch über den Teufel oder ein Pakt mit dem Teufel, Nicolas Cage, The Rock, Sean Connery, Ed Harris und The Matrix. Also, wenn das nicht schon ein Ausblick auf das Comic sozusagen gibt, das ich gerade entwickle, dann weiß ich auch nicht. Also, am besten natürlich rede ich darüber und ihr bekommt auch einen Einblick über sozusagen, was es denn sein soll. Also, hier habe ich zum Beispiel, ähm, also, ich sag mal der Pitch, es ist sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob man mit dem Charakter anfängt oder mit der Prämisse, aber es ist eine ganz klassische, ähm, gut gegen böse Geschichte, das Dunkle gegen das Gute, deswegen liegt hier in der DNA auch Berserk und wir werden auch viele Parallele finden in der Story, wie zum Beispiel, ähm, Dawn of War, wartet, ich zoome mal ein bisschen runter, also hier, ähm, Dawn of War und Berserk, was haben die gemeinsam? Ähm, auf jeden Fall dieses Dark and Gritty, hier auf jeden Fall das Universum, wird vom Chaos heimgesucht, ganz klassisch das Böse, hier ganz klassisch die Dämonen, die sozusagen sich in den Menschen verstecken, ähm, wir können hier die Parallelen zum Beispiel auch sehen, ein bisschen, ja, hier heben zwei Leute ein Schwert, tatsächlich, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber würde ich jetzt nicht direkt behaupten, dass sie jetzt miteinander verbunden sind, aber Spartacus Gladiator, wir haben ganz klassisch den einen Helden, der für Freiheit oder gegen Tyrannei kämpft, das ist auf jeden Fall ein Thema in Dario Hawaii, einem zukünftigen Comic, das ich gerade entwickle, ähm, das einzige Comic, das ich gerade entwickle, weil zum Beispiel The Last Pickup Artist ist in meinem Kopf schon abgeschlossen, ich muss es nur noch fertig zeichnen, ähm, und dann habe ich noch weitere Comics, über die wir reden werden im Laufe der Zeit, aber die habe ich in meinem Kopf schon abgeschlossen und hier seht ihr mal, wie es sozusagen dazu kommt, dass man sich die DNA zusammensucht und dann Notizen macht, also wo fange ich jetzt an? Ähm, ich glaube, mein erstes Dario Hawaii Comic oder die erste Idee war eigentlich, dass ich vielleicht so eine Art, ähm, Comic mache, wo der Kerl hier, also ein zukünftiges Ich, ähm, das auf jeden Fall gemeistert hat, also nehmen wir an, er ist ein reicher Playboy und er hat dann, ähm, total die schönen Frauen und hat dann so, sag ich mal, wie bei Golden Boy trifft er sich immer mit Frauen und so war eigentlich die erste Idee. Die war ziemlich shallow, ziemlich flach, aber durchaus, ähm, reicht es auch, das war so hier, so die Idee, ähm, ne, die hat sich dann schnell entwickelt, dass man sozusagen, er trifft eine Frau und er sagt zum Beispiel, dass er ein Künstler ist und dann die Frage, die ich immer davon kriege, äh, kann man davon leben? Und ich antworte dann immer, wenn man sehr gut ist oder der Beste, dann ja. Und dann lachen immer die meisten, aber tatsächlich versucht man das natürlich anzustreben. Hier sagt er zum Beispiel, ähm, und dann habe ich natürlich, ähm, Berserk ist ja ein bisschen eine Power-Fantasy, ähm, das, sag ich mal, die Apostel oder das Böse verteilt sich und er, ähm, nimmt sich dem Bösen an. Spartakus würde ich jetzt nicht als Power-Fantasy, aber sozusagen als jemanden, der sich dann, sag ich mal, den Sklaven annimmt und was die hier gemein haben zum Beispiel, ähm, wenn man das sozusagen betrachtet, achten will, ähm, Moment, ich schiebe hier, dass er dann nicht das Stativfuß sieht. Genau, den Stativfuß, deutsch ist wichtig, ähm, Gatz sozusagen, ein, geboren von einer Frau, die gehängt wurde in den Gedärmen und dann, ähm, aufgezogen sozusagen als Waisenkind, als Söldner. Man mag auch vielleicht sagen als, ja, Waisenkind, Söldner und Sklave. Spartakus auch, ähm, ein Sklave, der sich dann auflehnt gegen die Tyrannei. Dawn of War ein bisschen anders. Und, ähm, auch hier haben wir sozusagen immer die Auflehnung gegen die Tyrannei. In der Matrix ist es die Welt sozusagen, ähm, in der die Menschen entmenschlicht werden. Und hier bei The Rock sind es sozusagen diese zwei Personen, die sich gegen die Tyrannei, ähm, ja, von Ed Harris, ich weiß jetzt nicht, wie die Rolle ist, aber hat natürlich alles seine guten Gründe. Und da sehen wir sozusagen schon, ähm, die Motive. Allerdings und relativ schnell habe ich dann schon an Sachen gedacht, ähm, also auf jeden Fall ist er sozusagen ein Künstler, der, also er ist Künstler, er ist ein reicher Playboy, ähm, er hat sein Geld gemacht mit Comics zeichnen und einen Verlag aufbauen. Abends ist er Musiker und DJ. So richtig, wisst ihr was ich meine, so alles, was ich mir träumen könnte und dazu, ähm, kann er, sage ich mal, jede schöne Frau haben. So ein bisschen James Bond, Bruce Wayne. Ähm, und wir kommen gleich zu diesem Panel noch. Und tatsächlich habe ich dann aber auch aufgeschrieben, Bruce Wayne, Batman, Zorro, Banderas. Wenn jemand, glaube ich, in so, nehmen wir an, jemand würde tatsächlich dann so viel Geld verdienen und sowas, dann eventuell verlässt er dann aber auch dann die normalen Probleme der Menschen und schaut dann auf ein paar andere Sachen. Und da haben wir dann so Sachen wie der Invisibles, so wer kontrolliert die Welt wirklich, was geht da ab? Bei den Invisibles sozusagen gibt es, ähm, 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 ich sag mal komische Herren in Anzügen, die versuchen aus Kindern Zombie-Roboter zu machen und ihre Seele zu lutschen. Ähm, so könnte ich das jetzt hier sagen. Hier zum Beispiel, hier sagt man, ähm, aus dem ist jetzt ein guter Junge geworden. Das ist so diese Erziehungsanstalt. Und dann landet dieser Junge, ähm, hier. Und dann sagt er, ach, die sind jetzt alles gute, brave Jungen. Wir haben ja nur ein Stück von dem Gehirn entfernt. Und dann kommt sozusagen dieser King-Mob und rettet diesen, ja, Jungen. Und da kommt dann so Okkultes und über Realität und Dämonen. Und das war ja scheinbar auch dann die Inspiration für The Matrix. Und, äh, in The Matrix ganz klassisch, ähm, oder jetzt sag ich mal, oft sieht man in YouTube-Videos Escape The Matrix, Escape 9 to 5. Ähm, und ich kenn das auch, das Leben. Tatsächlich, ich hab mal beim Film gearbeitet, also beim Trickfilm oder beim Film oder jeden Job. Ich hab auch in der Fabrik gearbeitet oder in den Einzelhandel. Also, und tatsächlich, also, ich sag jetzt einfach so, wie es ist, weil, ähm, in diesem Comic wird es dann sozusagen auch gehen, wenn es geht, der eigene Übermensch zu werden. In Berserk gibt es so Kafka-Themen von, äh, und so sprach Zarathustra, sozusagen, ähm, sein stärkstes Ich zu werden. Und immer, wenn ich, sag ich mal, gezwungen werde oder gezwungen wurde, irgendwas zu machen, was mir nicht gefällt, was nicht authentisch ist, was nicht zu meinen Besten ist, ist, da schwebe ich schon durch, ist, ist, dann, ähm, hat das bei mir, ja, gibt es mehrere Reaktionen. Was macht man? Betäubt man es mit Spiele, Essen oder anderen Süchten, ähm, oder, ja, wisst ihr, was ich meine, da gibt es dann immer so ein Cope, also so ein Umgehen mit dem Stress, dass man nicht das machen kann, was man eigentlich machen will, und so weiter. Natürlich träumt jeder davon, YouTuber zu werden und sagt dann immer, down below my Patreon, manche schaffen es aber auch, manche leisten einen guten Dienst. Ich versuche das jetzt ja auch zu machen, genau. Aber in der Matrix sozusagen dann die Maschinen, die die Menschen versklaven. Ich habe auch dieses Gefühl manchmal, dass in dieser Welt sehr viel schief läuft und versuche da auszubrechen und meinen Weg zu bahnen, so stark ich kann. Ähm, und bevor ich jetzt dazu komme und noch in die Entwicklung, was praktisch dieses Video dann angestoßen hat, ich lese gerade der Ultramind Solution von Dr. Mark Hyman und ich habe auch noch so ein Buch, das heißt How Not To Die. Das sind so richtig dicke, fette Wälzer. Ähm, die lese ich eigentlich relativ easy, weil ich irgendwie, neben dem, dass ich, sag ich mal, irgendwie so Comic und Zeichen begabt bin, auch irgendwie sehr viel so Lesen und Filme. Und ihr habt das wahrscheinlich auch. Die Leute, die zuschauen, ich kann mir das vorstellen, ich kenne sehr viele Leute, die Comics zeichnen oder schreiben. Da ist immer so Musik, Story, ähm, soziales Engagement und so. Das ist immer sehr stark ausgeprägt. Man könnte das den Archetypen des Künstler nennen, ja. Und da habe ich das gelesen und da geht es darum, dass viele Leute einfach daran leiden, Depression, Anxiety, dass sie einfach Mindfog. Und ich habe auch, ähm, im letzten Jahr durch den Stress wegen Corona, äh, Geldsorgen und solche Sachen auch Mindfog gehabt, Depression, ähm, Unklarheit im Kopf, Lethargie, solche Sachen, auch komische Blutwerte. Ich hatte, als ich jung war, Neurodermitis, äh, Asthma und verschiedene Beschwerden. Und, ähm, lange Zeit bin ich dann immer zu den Doktoren gegangen. Also einmal wegen der Blutgeschichte haben die mich zehn Jahre auf den Kopf gestellt und haben gesagt, sie haben Leukämie und sie werden bald sterben. Dem war nicht so. Ähm, wegen Neurodermitis, da war ich beim Arzt 30 Jahre lang. Ich sah aus wie eine verbrannte Pizza und das ist natürlich klar, dass das dann eure Lebensfreude, sozialen Kontakte und jegliche andere Sachen auch einschränkt. Also vor allem dann auch mit den Mädels, deswegen dann der Last Pickup Artist. Aber wir kommen noch zu weiteren Problemen. Und jedes Mal, wenn ich dann die Umstellung nicht gesucht habe in irgendeiner Pille oder so, so sagen, äh, dann einfach zum Beispiel Schlaf, Stress reduzieren. Also Schlaf, mehr Schlaf oder besseren Schlaf, Stress reduzieren, Training, bessere Ernährung, ähm, schauen, dass man Dinge, die im Leben nicht passen, wieder in die Bahn bringt und so weiter und so fort. Dann wurde es besser mit der Haut, dann wurde es besser mit dem Blut, dann wurde es besser mit dem Kopf und so weiter. Manchmal ist es nicht so einfach, aber tatsächlich bin ich mittlerweile sehr gut geworden. Ähm, und das ist hier so eine, auch Pandemie, dass die Leute sozusagen einen kaputten Kopf haben oder ein kaputtes Gehirn. Und dann kam ich sozusagen dazu und habe dann hier reingeschrieben, also wie ihr seht, ich habe hier schon auch noch mehrere Notizen. Es ist auch ganz klar, ähm, real versus fake, ähm, Ehrlichkeit versus Lüge, ein natürliches gegen unnatürliches. Und das ist sozusagen da, wo ich sich darüber weiter positionieren will. Ähm, er kriegt sozusagen meine Backstory, die 37 Jahre, ähm, ich erzähle da noch gleich mehr dazu. Und dann aber kriegt er sozusagen die Zukunft, wo er es schafft als Künstler und tatsächlich irgendwie reich wird oder, oder, oder. Und dann sich irgendwann in so Sphären bewegt, wie eben dann hier, ähm, bei den Invisibles oder zum Beispiel der Shadow, wobei ich der Shadow noch nicht ganz, ähm, recherchiert habe. Aber er ist dann so eine Art Bruce Wayne, Zorro-Charakter. Also sozusagen der reiche Playboy-Künstler, der, wo jeder dann denkt, ja gut, er ist Musiker, er ist Künstler, da stellt er dann Bilder aus und das macht er dann auch. Aber, wo dann sozusagen auch nachts Dämonen und Shadows fightet, wie eben Guts und Berserk. Und hier sozusagen, es ist sozusagen das Berserk der unseren, unseren Zeit, unsrigen Zeit, das macht keinen Sinn, unserer Zeit, ähm, sogar ein paar Jahre in der Zukunft. Und, es soll so eine Art Self-Help-Book oder Guiding-Book sein und gleichzeitig ein Action-Comic wie Matrix, The Invisibles oder Danger Girl oder eben Nathan Never, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, und ja. Und was habe ich dann aufgeschrieben? Das war dann, da hat es mich dann gepackt, da entsteht dann auch dieses Video, da war es dann sozusagen Dr. Mike, Mark Hyman. Alle haben sozusagen Broken Brains, ob das jetzt an den Milchprodukten liegt, daran, dass man nicht trainiert, dass sich die Leute nicht bewegen, ähm, konstanten Stress, Schlafmangel, Drogen, Alkohol, Konsum und so weiter und so weiter. Damit sozusagen bauen sich Toxine, er sagt auch, dass zum Beispiel das ganze Thunfisch, was die Leute essen und da ist zum Beispiel, äh, Mercury, ähm, was ist das nochmal auf Deutsch? Mercury, Mercury, das fällt mir jetzt nicht ein, aber da auf jeden Fall Metalle, Schwermetalle im Körper, die man nicht abbauen kann und dann verschlacken sich sozusagen Gedärme und verschlacken sich auch der Kopf. Ich spule kurz mal vor zu einer anderen Notiz und ich komme dann sozusagen zu dem Punkt und wir kommen dann auch wieder zu Berserk, denn Berserk scheint sehr viel von Friedrich Nietzsche beeinflusst zu sein. Und dieses, und das sprach Zarathustra sozusagen, diese nach seiner eigenen Kraft zu streben und wenn jemand zum Beispiel in seiner eigenen Kraft ist, in seiner eigenen Gesundheit, mit klarem Kopf und mit klarer Energie, dann ist man einfach fähig. Ich weiß, dass viele auf dieser Welt dann versuchen, euch in ihre Richtung zu ziehen und da ist es sozusagen im Leben, glaube ich, die, ähm, Kunst herauszufinden, was einem wirklich gefällt und dann wirklich nur in die Richtung zu gehen, in die man selber will. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel tagsüber gerne an der Sonne bewege, mir das gut tut und ich abends trainieren gehe und jemand sagt, Dario, komm, wir sitzen den ganzen Tag in einem abgedunkelten Raum und zocken, dann bin ich das nicht mehr. Und wenn er dann abends sagt, hey, wie wäre es mit Bier, Alkohol, Pizza und dann noch irgendwie einen Film gucken, ist auch nicht mehr ganz meins. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, aber da entwickelt man sich dahin. Und manchmal ist es natürlich meins, aber das muss man dann wissen. Und je mehr man sozusagen verschlackt oder, ähm, Mindfog oder Low Energy oder Schlaf, also ich gucke zum Beispiel, dass ich, wenn ich kann, früh genug immer ins Bett gehe und von alleine aufwache, ohne Wecker. Heute Morgen bin ich mit dem Wecker geweckt worden. Ist cool. Ich war ein bisschen früher wach, habe da noch was erledigt. Aber eventuell fehlt dann da das letzte Quäntchen ausgeruht sein, den Akku komplett füllen. Und, ähm, wenn die Leute eben angeschlagen sind, dann sind sie eben nicht die wunderschönen Creators, sondern dann sehen die eher so aus. Dann sind die stressed, fucked up, past, äh, past traumatas, gut and brain inflamed, low energy, perfect mainstream slaves, also sozusagen die reaktive Menschen. Ähm, und was wir brauchen, sind denkende, proaktive Menschen. Insofern in die Richtung geht sozusagen die Geschichte an hier. Have given their creative gift away. So, das behaupte ich jetzt. Das stimmt natürlich nicht. Da muss sich, nicht jeder, aber darum geht es in der Geschichte sozusagen. Wie kann man sich das behalten? Ähm, und dann waren so verschiedene Sachen. Es geht halt um Freiheit. Es geht sozusagen auch um die Menschen, ähm, warum die sozusagen, also, wenn jemand sozusagen vaterlos, ich sehe das viel, dass, äh, im Haus gibt es ein paar, die halt Single-Moms sind, oder sind die Kinder eher dann so und nicht so. Und ich war das als Kind auch eine gewisse Zeit lang mit, ähm, Skinny-Fat und Männerbrüste und Neurodermitis. Und ich meine, das ist halt einfach nicht geil. Da entsteht kein gutes Leben daraus. Ähm, und es hat natürlich, jeder ist da in seiner eigenen Verantwortung, aber gewisse Dinge sind auch kulturell, eben der Mainstream. Alle sagen, das ist auch okay, wir normalisieren und dann passieren da Katastrophen. Ähm, also hier zum Beispiel ohne Vater aufzuwachsen, weniger Ressourcen oder weniger Familie, weniger Wissen, weniger Spaß, weniger Stärke, weniger Geld und alle solche Sachen. Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen utopisch, aber wir werden dann sehen, sozusagen, wie dann dieser Dario Haverhai in dieser Welt kommuniziert. Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall viel aufgeschrieben. Ich will nicht in alles eingehen. Das Video würde endlos lang gehen. Aber warum es in dieser Story sozusagen gehen soll, ist, my diamond wants to shine. Also the story about true human capacity. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Wir werden in diese Welt geworfen und versuchen dann, uns selbst zu finden und unseren Platz zu finden. Ähm, aber so wie zum Beispiel die Abwärtsspirale hier immer ein Prozent nach unten und dann irgendwann denkt ihr, wie konnte ich nur an diesen Punkt ankommen? Oder manchmal geht es auch schlimm runter beim Jobverlust, ähm, Krankheit und solche Sachen. Aber genauso gut gibt es auch die Abwärtsspirale. Ich habe jetzt auch gemerkt, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich davon zurückkomme, aber, ähm, war wie gesagt vor zwei Jahren auf 48 Kilo abgemagert. Jetzt habe ich wieder ein gesundes Gewicht und glaube, diesen Sommer könnte ich so einen Körper tatsächlich erreichen, also so einen Gutskörper. Und das ist tatsächlich einfach nur, weil ich jetzt zeitiger ins Bett gehe, mich nicht stressen lasse, ähm, die Ernährung gefunden habe, die zu mir passt, ähm, regelmäßig trainieren gehe und Sachen aus meinem Leben rausgeworfen habe, die eben nicht passen, wie zum Beispiel, ähm, ähm, manche Beziehungen mit Menschen, wo man dann am Ende vom Tag nur den Stress hat oder wo man sich nur rumtreibt oder wo man sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentriert, sondern auf die Arbeit und Probleme anderer. Und ja, ähm, und deswegen ist es auch wichtig und hier gibt es dann sozusagen, also dieser Spirale zu entfliehen, ähm, und dieser Dariwai ist sozusagen ein bisschen wie ein Spartakus, ähm, ich will es jetzt nicht so mega, wie sagt man, klischeehaft machen, aber es wird einfach so ein bisschen über gesellschaftliche und kulturelle Probleme reden, sozusagen, ähm, hier geht es ein bisschen um Männer, aber Männer wie Frauen könnte man sagen, dass jeder sozusagen sein eigener King, Warrior, Magician und Lover ist, dass es sozusagen von unserer, ähm, den Archetypen, die wir in uns tragen, immer positive und negative Seiten gibt und unsere Gesellschaft beleuchtet natürlich auch oder fördert manchmal auch diese Gönnung, dieses Ausgeben, dieses Gefangensein, ähm, im Job und all diesen Sachen und ich denke, irgendwie muss man auch mal damit aufhören. Und dann gibt es ja sozusagen demonic powers und sozusagen manche, die, man könnte jetzt sagen, vom Licht gegeben sind. Ich lese euch mal vor meine Prämisse. Also, wo Robert Kirkman, das ist jetzt auf Englisch, also aber, wo zum Beispiel Robert Kirkman in The Walking Dead gezeigt hat, wie sozusagen Rick von einem normalen Menschen und zum Beispiel auch einen guten Polizisten degeneriert und wie die menschliche Gesellschaft degeneriert, so möchte ich zum Beispiel in der Reihe zeigen, wie, äh, man trotzdem, also nach 37 Jahren, sag ich mal, okay leben oder vielleicht auch nicht immer das beste Leben, wie man trotzdem noch, ja, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber zum Superhuman wird und ich glaube, da wird man dann sehen, was dann die Figur so macht und wie sie lebt und vielleicht kann es dann als Inspiration, ähm, dienen und das war schön, das war aus dem Buch, Dr. Mark Hyman, The Ultramine Solution, My Goal for All You is to live your life as you were meant to live it, a life full of energy, vitality, pleasure and happiness. das wäre sozusagen die Prämisse, schon ein bisschen, äh, sehr, happy, aber warum nicht? Ich zeige euch jetzt noch schnell das Not a Never, das hat so immer 100 Seiten, ähm, schwarz-weiß gezeichnet, das wäre eine Idee, sozusagen das so zu zeichnen, aber, ähm, ja, Not a Never sozusagen so eine Art Blade Runner, aber in dieser Welt, er arbeitet einfach für eine Agency, so ein bisschen wie bei Cowboy Bebop, nur dass er tatsächlich so, ähm, Privatdetektiv ist in der Zukunft, äh, das ist sozusagen der Chef der Agency und er war früher mal ein Cop und jetzt ist er ein Geheimagent, ähm, und in jedem Comic gibt es ein bisschen so eine Liebesgeschichte, weil er natürlich auch ein toller Hecht ist, ähm, aber es gibt auch immer ein Mysterium zu lösen oder einen Crime-Fall, ähm, und so, glaube ich, werde ich das dann sozusagen anlegen, das Dario Hawaii, ähm, und ich glaube, dass der Dario Hawaii so eine Art, ich weiß nicht, wie er sich verwandeln kann, aber er wird sich ab und zu verwandeln in so eine Bestie oder Sacred Beast, ähm, wo habe ich es? Ich glaube, im anderen Buch, wie gesagt, ihr seht hier einfach Notizen, ich denke, das ist sozusagen die Haupt, ähm, Aufgabe dieses Videos euch zu zeigen, dass man, ähm, dass so Notizhefte aussehen können, ähm, ja, und hier sozusagen dann Sacred Beast, ein bisschen wieder Vendigo aus dem Marvel-Ding und hier Bread and Circus, also auf jeden Fall, dass die Hauptgesellschaft abgelenkt wird, was auch immer da passiert, da gibt es ein Comic, das heißt Demon Hunter, auch so ein italienisches Ding, äh, one person can rise to the challenge, äh, individuals are important, das war sozusagen die Lehre aus dem Film Rollerball, ähm, und da ist auch James Kahn so eine Art, er ist ja von Sportler, es ist so ein tödlicher Sport, Rollerball, so ein bisschen wie Hunger Games, ähm, und es ist ja auch so ein Gladiatorenkämpfe, und er lehnt sich dann aber auch auf für Freiheit und freie Gedanken und so ein Ding, also sowas wird Hario, Dario Hawaii werden, das ist so ein bisschen jetzt Werbung gewesen, aber auch sozusagen die, wie soll ich sagen, ähm, wollt ihr euch zeigen, wie so eine Art Story- oder Comic-Entwicklung aussehen kann, ihr könnt diesen Prozess natürlich für euch auch benutzen, ähm, und, Elemente einfließen lassen, ähm, am besten so wenig wie möglich und sozusagen alles trimmen, was nicht rein gehört, aber manchmal wisst ihr ganz genau, okay, das ist die Story, das sind Elemente, und ich weiß zum Beispiel noch nicht genau, wie die Story anfängt, aber vielleicht kann ich mir ein bisschen was abschauen von den Jungs hier oder vielleicht spricht meine Geschichte zu mir selber und ich weiß ganz genau, da muss die Geschichte anfangen und das ist die Backstory und das ist ein wichtiger Moment und dann wisst ihr ganz genau, wie dann die Figur agiert. Also, soweit für heute, wir sehen uns, ja.